Herzlich willkommen zum 24. Brillux Architektenforum in Hannover, hier in den Herrenhauser Schloss. Hochkaräter, die sich mit dem Thema Tradition und Fortschritt auseinandersetzen. Wie bekomme ich zeitgenössische Architektur in einen Gleichklang, in eine Balance mit dem Historischen? Es ist eine große Ehre für mich, dabei zu sein. Ich habe viel vom Forum gehört. Ich weiß, dass das Niveau des Forums sehr, sehr hoch ist und deswegen bin ich gespannt auf das Auditorium. Ich bin gespannt auf die Reaktion und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig, weil das ist der Dialog, den man eigentlich sucht. Ich finde das Forum sehr interessant, aufgrund dessen, weil ich selber noch Architekturstudentin bin und ich jetzt gerade durch den Vortrag von Choban mir gewisse Inspiration für meine kommende Masterarbeit herausziehen kann. Wir sind heute zum Forum gekommen, meine Frau und ich, um einfach neue Eindrücke zu bekommen. Brillux ist bekannt für gute Vorträge von Kollegen, Architekten. Das Thema Tradition und Fortschritt ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Beides gehört in der Architektur natürlich zusammen, wobei der Fortschritt, denke ich, das weitaus Wichtigere zurzeit sein sollte. Bis zum nächsten Mal.